Das spannende Börsenparkett im heimischen Wohnzimmer? Kein Problem mit dem Börsenspiel von Huchen Friends und NTV. Einfach zu verstehen und geeignet für die ganze Familie. In Kooperation mit den Börsenexperten des Nachrichtensenders entwickelt und empfohlen von der Börse Stuttgart, erleben Sie im Börsenspiel mit den Aktien vier großer Unternehmen das Auf und Ab der Börsenkurse. Wie auch im wahren Leben ist gutes Timing der Schlüssel zum Erfolg. Egal ob kurz oder langfristig, die richtige Anlagestrategie entscheidet über Gewinn und Verlust. Je begehrter eine Aktie ist, umso höher ist ihr Preis. Geschwindigkeitschips helfen dabei, der schnellste am Markt zu sein, um eine Aktie noch für einen guten Preis zu ergattern. Am Ende jeder Spielrunde bestimmt der Dividendenwürfel, wie viel Geld zusätzlich in die eigene Kasse fließt. Wer vom Börsenfieber gepackt wird, der erfährt im informativen Begleitheft Einführung in die Welt der Börse alles Wissenswerte rund um den globalen Aktienmarkt. Das Börsenspiel. Spannende Unterhaltung für die ganze Familie von Huchen Friends und NTV. Spannende Unterhaltung für die approaches verdeالمinha Wicke Wicke